Biontech, der Markt stürzt ab, die Aktie fliegt, gerechtfertigt? Wechselrichter-Boom, wie viel Potenzial hat SMA nach dem Run auf die US-Konkurrenten Enphase und SolarEdge? BlackRock, ETFs boomen, ist die Aktie vielleicht sogar noch die interessantere Alternative? Und Bayer, wie viel Potenzial hat die Aktie wirklich? Alle Werte im Alpha-Check. Starten wir heute mal mit der Branche der Wechselrichter-Hersteller. Da sind ja vor allem in den USA eine Enphase-Energy richtig durchgestartet, hatten bomben Quartalszahlen. Und allgemein ist das natürlich ein Sektor, der sehr stark wächst. Enphase macht natürlich auch im Moment ganz viel richtig. Das haben wir neben den Wechselrichtern auch Leistungsoptimierer, entwickeln Speicherkapazitäten, Kontrollsysteme, verdienen am Service. Also sozusagen das ganze Spektrum, das bilden sie hier ab. Und die Aktie läuft wie sozusagen das Geschäft gerade richtig rund. Gucken wir mal, wie es mit dem Wettbewerb aussieht. Da haben wir ja noch eine Solar Edge, die in das gleiche Horn stoßen und von der deutschen Seite haben wir da eine SMA Solar im Rennen. SMA hat immer mal wieder Phasen, wo es mal besonders gut lief, aber dann nochmal wieder gar nicht. Das heißt, ein bisschen weniger visibel. Bei den US-Herstellern würde ich sagen, da ist klar, dass die ihren Weg machen werden. Und von daher sind hier, wenn wir uns mal angucken, die KGV-Entwicklung bis zum Jahr 2024, nach Bloomberg-Schätzungen, ist auch verständlich, dass dann hier eine Enphase am höchsten bewertet wird. Hier sind wir aber, das sehen Sie hier schon, auch in wirklich hohen Bewertungsräumen unterwegs. Also Enphase, selbst in drei Jahren hätten wir noch einen KGV von 53. Das ist sportlich, also auch wenn das Unternehmen noch auf viele Jahre hinweg zweistellig, mit zweistelligen Wachstumsraten unterwegs sein wird. Aber das ist wirklich sportlich. Dagegen eine SMA im Prinzip so ab in zwei, drei Jahren nur noch halb so teuer. Das hängt natürlich daran, ob das Unternehmen wirklich es schafft, wirklich auch nachhaltig Fuß zu fassen und vor allem dem Wettbewerb standzuhalten. Man sieht jetzt schon, wenn man jetzt sich anguckt, wie der Umsatz ausgeweitet werden soll über die nächsten Jahre bis 2025, dann sieht man bei SMA nur ein Umsatzwachstum von 40%. Bei den US-Konkurrenten ist das deutlich höher. Spricht also dafür, dass man die Marktanteile vielleicht auch nicht halten kann. Von daher durchaus für mich gerechtfertigt der Abschlag, den wir bei SMA im Moment sehen. Und da eine SolarEdge aktuell jetzt sozusagen, wenn man es weiter hochrechnet, ungefähr gleich hoch bewertet ist, wäre das sozusagen eher mein Favorit. Wir sind nicht so teuer wie bei einer Enphase, trotzdem sehr gut unterwegs das Unternehmen. Das wäre sozusagen unter den dreien hier mein Favorit. Ich habe jetzt nochmal so halb spaßeshalber eine Meier Burger mit reingenommen. Das ist ja ein ganz kleines Unternehmen, war eine Zuschauerfrage. Und die stellen ja eher Solarpanels her. So, die kommen jetzt aus einer ganz schwierigen Zeit auch, sind jetzt mitten im Turnaround. Und ich meine, in Sachen Ergebnisentwicklung kann man ja jedes Unternehmen miteinander vergleichen. Und Meier Burger wird voraussichtlich dann erst 2023 in die Profitabilität laufen. Wenn es dann allerdings gelingt, die Pläne so umzusetzen, wie man das jetzt sich vorgenommen hat, dann sieht man hier schon, laufen wir perspektivisch auf sehr geringe Bewertungen hinaus. Das heißt also hier hoher Chancenhebel bei Meier Burger. Aber weil kleines Unternehmen hoher Konkurrenz kam, vor allem Druck aus China, sehr mit Vorsicht zu genießen und natürlich auch besonderes Risiko. Also bei der Aktie gilt, sehr hohe Risiken, aber entsprechend natürlich auch besonders hohe Chancen. Bei BlackRock denkt man ja immer an die ETFs, die sie herstellen. Und BlackRock ist ja der Riese schlechthin in diesem Sektor mit weltweiten Marktanteilen bei den indexbasierten Fonds von um die 35 Prozent bis hin sogar 40 Prozent. Also das Dickschiff schlechthin, was auch an fast jedem der großen deutschen börsennotierten Unternehmen maßgeblich mitbeteiligt ist. Und dann ist schon die Frage, wo wir jetzt diesen riesen ETF-Boom haben, der auch noch anhält, ob dann nicht die Aktie vielleicht sogar ein besonders gutes Investment sein müsste. Und dazu habe ich Ihnen hier mal einen Vergleichsschart mitgebracht seit dem Beginn der letzten großen Krise 2008. Also schöner, langer Zeitraum. Und mal hier in grün eine BlackRock gegenübergestellt zum S&P 500 Index. Und was man jetzt auf den ersten Blick direkt sieht, ist, dass diese beiden Werte sehr hoch korrelieren. Also kaum Unterschied, in was man hier investiert hat. Das bedeutet aber für die Aktie, dass selbst mit diesem riesen Rückenwind, den das Unternehmen erfahren hat in den letzten Jahren, dass man es nicht schafft, wirklich mal den großen Gesamtmarkt outzuperformen. Und gleichzeitig, wenn man jetzt ein bisschen näher reingeht, dann ist man auch schwankungsintensiver als einzelner Wert gegenüber dem gesamten S&P 500 Index. Heißt also sozusagen, die Risikokomponente ist etwas höher. Wenn man das alles zusammennimmt, dann würde ich sagen, ist die Aktie gegenüber so einem breiten Index. Damit leider keine Alternative. Also für einen passiven Anleger, die ETFs gerne. Für einen aktiven Investor, der nach guten Stockpicks sucht, wäre BlackRock für mich allerdings leider kein Kandidat. So, und jetzt zu einer, wie ich finde, sehr spannenden Aktie, mittlerweile wieder, nämlich Bayer. Bayer, ja eigentlich krisengeschüttelt, die Monsanto-Übernahme, viele würden sagen, ein einziger Mist. Ich habe Ihnen hier aber jetzt mal einen historischen Verlauf der Gewinnentwicklung und des Kurses mitgebracht. Also wie ist das Ganze zu lesen? Sie sehen hier, dieser erste grüne Bereich, das ist jetzt zum Beispiel der Kursverlauf im Jahr 2011. Und darunter, wie viel man verdient hat im Jahr 2011, waren in dem Fall 2,94 Euro pro Aktie. So, was man jetzt ja grundsätzlich erwarten sollte, das ist die Börse. Wenn die Gewinne steigen, und das war in der ersten Hälfte der 10er Jahre der Fall, dann sollte auch die Aktie steigen. So, so weit, so gut. Dann kam dieses ganze Malheur mit Monsanto und der Klagewelle und den Prozesskosten und was sich da alles dran angeschlossen hat. Und nicht nur das Unternehmen kam operativ sozusagen in die Bredouille, sondern die Aktie auch ganz massiv. Dazu hat man sich natürlich ziemlich verschulden müssen. Also, ganz unangenehme Sache. So, wenn man jetzt aber sich mal anguckt, in diesem Jahr, was los ist. Und das Jahr ist ja schon fast vorüber. Und Bayer erhöht mittlerweile laufend eigentlich so die Gewinnerwartungen. Das heißt, es ist ziemlich sicher, dass man hier auf jeden Fall auf über 6 Euro pro Aktie hinauskommen wird. Ich hatte das Unternehmen ja schon vor ein paar Wochen mal vorgestellt. Können Sie sich das Video auch nochmal ansehen. So, dann heißt das, dass wir schon im laufenden Jahr wieder auf dem KGV rauslaufen, was so im Bereich von 8 liegt. Das ist wirklich wenig. Also, wenn wir uns mal angucken, was man früher für eine Bayer, für einen Konzern, der ja weltweit sehr gutes Standing hat, sehr gute Geschäfte, die auch längerfristig tragen werden, dann hat man hier früher in der Regel wirklich über 20er KGVs bezahlt. Und nachdem wir jetzt hier so in Richtung, das sind jetzt natürlich Schätzungen für die nächsten Jahre, wieder so auf 8 Euro je Aktie hinlaufen würden, würde das bedeuten, wir wären beim KGV von 6. Und wenn es stimmt, dass jetzt die Klagen allmählich so durch sind, man hat ja Rückstellungen gebildet für die USA, dass man sozusagen das Thema irgendwann abhaken kann und der Markt sich mal wieder auf die Fundamentale und auf das Operative konzentriert, dann haben wir hier eigentlich ein hochspannendes Unternehmen. Aus technischer Sicht ist es jetzt noch so, dass wir uns noch voll im Abwärtstrend befinden. Der ist auch noch intakt. Interessant aber auch hier, wir haben zumindest jetzt über einige Zeit keine neuen Tiefs mehr markiert. Also hier könnte was im Busch sein, aus technischer Sicht. Und wenn man das sich fundamental anguckt, dann durchaus die Möglichkeit, dass hier irgendwann jetzt die Wende kommt. Das Unternehmen würde es jedenfalls hergeben. Ich kann jeden verstehen, der sagt, bei dem Management, was das sich geleistet hat mit der Übernahme, da will ich jetzt nicht mehr rein investieren. Für alle anderen gilt, man muss beachten, dass das Unternehmen natürlich ziemliche Schulden hat. Aber man wird hier schon dieses Jahr, wird man ziemlich viel abtragen können, weil man richtig profitabel unterwegs ist. Und dann ist Bayer mit Blick auf die nächsten Jahre wirklich ein ganz spannendes Unternehmen. Und zuletzt aus mehr oder weniger aktuellem Anlass noch ein Update zu Biontech. Am Freitag ist ja der ganze Markt durch die Bank abverkauft worden. Außer ein paar wenige Aktien, nämlich die Corona-Gewinner. Und da stehen natürlich die Impfstoffhersteller an allererster Stelle. Ja, und warum? Naja, es kann mir die neuen Corona sorgen. Und vor allem war die Message für den Markt, dass Delta nicht das letzte Wort ist. Also lange hat sich ja keine andere Virusvariante gegenüber Delta durchsetzen können. Was aber bedeutet hätte für die Impfstoffhersteller, dass man sozusagen mit einem guten Impfung gegen die Delta-Variante irgendwann sozusagen mal den Markt abgegrast hätte. Aber jetzt hat sich Corona tatsächlich überlegt, ich mutiere in einer Form, die offenbar noch stärker sich ausbreitet als Delta. So deuten wir die ersten Ergebnisse aus Südafrika darauf hin. Und wenn es auch noch richtig ist, dass die bisherigen Impfstoffe nicht so gut diese neue Virusvariante B.1.1.529 abdecken, dann bräuchte es sozusagen nächste Boosterung. Sprich, das wäre natürlich ein neues Geschäft oder ein längerfristigeres Geschäft für eine Biontech. Das ist der Grund, warum die Aktie angesprungen ist und auch zu Recht so angesprungen ist. Technisch gesehen sind wir jetzt hier, haben wir die Korrektur beendet und sind jetzt wieder nach oben durchgestartet. Ja, jetzt ist die Frage, wie weit kann das Ganze gehen? Dann gucken wir nochmal auf die Gewinnschätzungen, weil letzten Endes wird sich daran natürlich ganz viel entscheiden, wie viel Geschäft sie damit machen können. Und dann perspektivisch natürlich, wie gut sie vorankommen mit ihrem Programm zum Thema Krebsbekämpfung und so weiter. Ich habe das ja schon mal in einigen älteren Ausgaben, habe ich Ihnen schon mal so eine ähnliche Grafik gezeigt. Und ich habe jetzt hier mal die Gewinnschätzungen aus dem Juli, aus dem September und jetzt die aktuellen hier mal gegenübergestellt. Und da sieht man, dass gerade für die nächsten Jahre, dann irgendwann so 2024, 2025, ist der Markt nicht mehr so optimistisch, dass sie noch ein gutes Geschäft mit ihren Impfstoffen machen können, wie zum Beispiel im Juli. Da hat man gedacht, okay, man wird jetzt hier noch locker gutes Geld verdienen. Und das hat sich gedreht. Und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Aktie doch so relativ stark korrigiert hatte. Und der Markt bleibt vorerst noch dabei. Könnte aber sein, dass sich hier jetzt wieder was dran tut, weil jetzt sozusagen die Erkenntnis ist, aha, das Virus mutiert öfter. Das heißt, die Gewinne können auch zumindest ein Stück weit weiter in die Zukunft transportiert werden. Ich bleibe aber ansonsten dabei, dass es ganz schwierig ist, diese Aktie fundamental zu greifen. Denn ab hier spätestens sollten dann Effekte von weiteren, entweder weiteren Impfstoffen oder weiteren Ansätzen, die zum Beispiel bei der Krebsbekämpfung langsam zum Tragen kommen, damit das Unternehmen die Bewertung auch nachhaltig wirklich rechtfertigen kann. Also ich würde hier aus technischer Sicht vorgehen. Und wenn wir da bei der Biontech sind, wir hatten die Aktie am Hebelprojekt, stehen jetzt bei 150 Prozent plus und werden jetzt irgendwann einen Einsatz rausnehmen. Also sozusagen irgendwann mal wieder, wenn der Markt jetzt ja auch so tief gefallen ist, kann man das da vielleicht gut reinstecken, hat sozusagen den Corona-Hedge damit und kann den Rest aber jetzt tatsächlich auch noch mal gut weiterlaufen lassen. Denn, das weiß man ja insbesondere bei solchen Werten, so ein scharfer Trend, der kann einen ziemlich weit führen. Das weiß man ja nicht. 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 Vielen Dank.